Vaikarnikasana, die Stellung der versteckten Ohren, ist die Bezeichnung für verschiedene Asanas, wo die Ohren von Füßen oder Knien versteckt werden. Raffaella zeigt einige davon. Zum einen kannst du im Sitzen die Fußsohlen auf die Ohren setzen. Das ist eine Gleichgewichtstellung und eine Stellung für die Flexibilität der Hüften und eine gute Massage für die tiefen Bauchorgane. Als zweites gibt es eine Hockstellung aus dem Zehenspitzensitz. Aus dem Zehenspitzensitz kannst du die Knie etwas öffnen und die Ohren dazwischen geben. Dann kannst du die Hände hinter dem Rücken falten. Eine zweite Möglichkeit ist, statt die Fersen oben zu halten, während die Fersen unten zu halten und dich auch auf den Boden zu setzen. Also auch das ist eine Variation von Vaikarnikasana. Bekannt ist vor allem auch der Ohrenpflug. Aus dem Pflug herauskommend gibst du die Knie rechts und links neben die Ohren und faltest dann die Hände auf dem Boden oder gibst die Unterarme in die Kniekehlen und faltest die Hände hinter dem Kopf. Schließlich kann man auch noch als Vaikarnikasana, die den Pfeil und Bogen bezeichnen. Eine Variation von Danurasana. Du gibst einen Fuß zum Ohr und damit ist das Ohr unsichtbar. Das hilft auch der Flexibilität in den Hüften. Garota in seinem Buch Encyclopedia of Traditional Asana erwähnt auch Vaikarnikasana. Er sagt, dass diese Vaikarnikasana in mehreren Werken erwähnt wird, aber nicht genauer beschrieben wird. Und in modernen Traditionen werden die Asanas, wo die Füße, die Ohren bedeckt sind, als Vaikarnikasana bezeichnet. Mehr Informationen zu diesen und allen anderen Asanas auf wiki.yoga-vidya.de